Ok. So, hier raus und dann links, oder was war das? Schon wieder vergessen. Äh, genau. Was? Da? Da hätte ich aber auch leichter hinkommen können. Na gut. So, hm. Weil ich ja so ein heftiger Kämpfer bin, ist das ja alles gar kein Problem. Wir machen das schon. Hier herum. Und, äh. Ok, jetzt wird's hier wieder. Jetzt sind wir wieder in Gebieten, die ich noch nicht kenne. Da unten ist nochmal ein Viech, das wir eigentlich problemlos besiegen müssten. Und hier ist ein Trank. Jups. Was die alles verstecken hier. Einfach mal so. So auffällig platziert, dass es wieder unauffällig war. Wie so funktioniert die Special-Attacke nicht. Äh, diese Spezial-Attacke mit Kuh ist ja auch irgendwie seltsam. Er sagt immer Spezial-Attacke, ich drück' Kuh und es passiert nix. Gar nix. Seltsame Scheiße, ey. Wer muss näher ran? Mit dem da drüben lege ich mich jetzt nicht an. Mit dem da drüben lege ich mich jetzt nicht an. Nee, das ist kein Monster. Okay. Das ist... Aha, ein Baumstumpf. Okay. Ja. Mhm. Äh. Nichts zum Aufsammeln. Gar nichts. Ist das euer Ernst? Ich glaube, ich muss da lang. Mhm, genau. Und dann eigentlich, wie ja immer, links halten. Mhm. Ist das hier noch ein Weg? Oder ist das hier einfach die normale... Ja, das ist ein Weg. Oh, Wahnsinn. Komm, was fies denn hier? Das habe ich aber doch ganz gut weggesteckt hier. Ich bin von mir selbst ein bisschen beeindruckt, dass ich das überlebt habe. Da hab ich irgendwie nicht mit gerechnet. Oh, da ist noch ein Gegner. Den machen wir doch auch locker kaputt. Ich hätte vielleicht mal speichern sollen. Alter! Okay, wir essen jetzt mal ein bisschen Fleisch. Gleich beide, dann haben wir gar nichts mehr. Ist auch optimale Voraussetzung für die Reise. Hm, die Partnern sehen schon nett aus. So am Fluss gelegen, das ist bestimmt mal richtig idyllisch gewesen. Hm. Okay. Hier gibt's nichts. Ach, guck, ich hätte auch einfach mal im Kampf abheben können. Das ist natürlich auch... ...ne Sache, die man immer mal bedenken muss. Ist das hier richtig? Über den Fluss, genau. Man muss hier so anders denken, als in den anderen Rollenspielen, die man so kennt. Ich hab da was gehört. Da war immer ein Viech. Aus dem Hof geradeaus. Genau, da. Was ist das Ausdauersystem? Ich will mal gucken, ob ich meine Ausdauer erhöhe, sonst... ...wenn ich ja niemals im Kampf. Na komm, na komm. Alter. Boah. Hä? Oh, schon wieder Tab gedrückt. Hm, 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 hm. Ich bin, äh... Ich spiele auf gutem Grunde auf, äh, leicht. Und nicht auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, denn sonst kriegen wir von der Story gar nichts zu sehen. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Okay, wir sind... ...noch irgendwie... ...auf jeden Fall ein Weg, auf dem Weg in die richtige Richtung. Äh, eben wie ich, auf dem Weg in die richtige Richtung, sowas ist... ...und ist irgendwie hier... ...Alpjets, oder was war das? Hm, 80 Pfeile habe ich, ne? Okay. Das war jetzt nicht so schwer. Der Bogen ist doch ganz schön mächtig. Hm, vielleicht gehe ich doch auf Fernkampf. Das ist schon fett. Ähm, muss ich da lang? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ach ja. Ja. Oh, oh, oh. geht einfach mal weiter ist ja nicht ständig auf die Karte gucken es gibt noch genug zu entdecken wie soll ich denn jetzt auf einmal drei Pfeile auf der Karte ach du kacke ach so okay das ist hier Edan nee Goliath Goliath so heißt es überhaupt Kral und wieso habe ich vier Punkte Kaldrim ah okay der Auftraggeber roten habe ich auch noch gehabt irgendwo okay vielleicht ist der roten Feind jetzt habe ich den Feind nicht mehr da gehen wir mal weiter in Richtung gelb Das äh die 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 Dich hole ich mir! Nein! Lass mich Frieden! Wenigstens nicht nass geworden. Ok. Den bin ich los geworden. Es hat hier gerade so... so einen hohen Pfeifen... Pfeifton gegeben. Das war bestimmt ne Pfeife. Oh, Alter! Was zum... Hat mir wehgetan. Was bist du denn? Das Geck... Nein, geht schon wieder... Ja, ich bin der Profi geworden. Mittlerweile. Ok. Okay. Machen wir es so. Du bist doch auch ein hässliches Viech. Du könntest nicht einfach mal stillstehen. Mache ich dir gar keinen Schaden? Mache ich dir gar keinen Schaden? Mache ich dir gar keinen Schaden? Ich bin der... Mache ich dir gar keinen Schaden, wo ich bin... Und ich bin der Schaden. Nein. Immer noch. Ich sag es ja wahnsinnig. Bester Scheiße. Bester Schütze. Der hat aber gar keinen... Schaden bekommen. so bleiben wir hier einfach den rest des abenteuers stehen wir sind ja wir haben zeit so was Ja, ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Hier sind wir also wieder. Dann müssen wir den nochmal neu tot hauen. Na ja. Nein, nicht du hast uns tot, sondern wir hauen dich tot. Oh, komisch, das hat jetzt auch richtig gut funktioniert eigentlich, nachdem ich dann irgendwann mal passiert habe, aber... Hm, ich will kein Feil... Kein Feil... Feil... Feildrang nehmen eigentlich. Ich habe irgendwas anderes Tolles, was man nehmen könnte. Trockenfleisch? Nee. Eine Konservendose? Pflanzen... Mächtige Heilpflanze. Nein, die brauchen wir, glaube ich. Hm, 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 hm. Ach, Alex. 100 Erfahrungen! Wow, fett! Ja, besser als jetzt kann ich es eigentlich nicht einsetzen, ne? Je früher, desto besser. Weißt du, jetzt kann ich irgendwo nachgucken, wie viel... Ja, komm. Tun wir die Heiltränke doch mal hier wieder rein. Kann ich irgendwo gucken, wie viel Erfahrung ich habe oder brauche oder... Wo sieht das... Und wann level ich? Woher weiß ich das? Hm... Ah! Cool, man kann das mit Tasten durchschalten, mit Q und E. Ehh... Ist ja gut. Aber ich habe keine Ahnung. Ich hätte ja vermutet, dass es hier mit Mitch dabei steht, aber... Ja... Hm. Ich trinke den jetzt einfach. Trank. Trank ist hier. Ähh... Kleiner Alex-Trank. Kein anderer Effekt? Oh, gut. 100 Erfahrungen. Was wählen wir? Ja... Und... Nein, nein, nein. Lass mich ruhig in Frieden. Ich... Gehe ja auch schon weg. Ich tue dir ja gar nichts. Ich war mir ziemlich sicher, dass er so weit weg ist, dass er mir nichts mehr tut. Jetzt hättest du noch einer. Das war's für mich, dass er so weit weg ist, dass er so weit weg ist.